Willkommen zurück zu Let's Play Hyperdimension Neptunia im letzten Part. Ja, ist davor ein Gefallen. Blond war nicht die richtige Blondie, die wir zuerst gesehen haben, sondern... Conversation! Und ja, jetzt campen wir gegen Killersheen MK2, würde ich mal fast schon sagen, oder Version 2, whatever. Ich hab jetzt mal alle drei nach vorne verlegt. Und dieses Zerschlangen werden wir auch lange nicht einsetzen können, weil es voraussagt, dass die Freundschaft auf Level 3 sein muss. Und die von Blond und Neptun ist auf 1. Also wird das sehr schön. Die X-Drive ist low. MK2? Wow, ich bin gut. Killersheen MK2. Äh, ja. Frage ist, was mache ich jetzt? Ich glaube, die buffen. Schade nicht. Falls das überhaupt klappt. Dann einmal meinen Angriff erhüllen. Und Blond ist langsam, hat aber eine tolle Hitbox. Ja, Tanzer im Trombo, Zerstörung und Defense Support. Zerstörung. Guckt euch mal den Guard damit an. Wie geil. Oh mein Gott, ich sehe da keine Veränderung an der Dingsbumsleiste. Die Hitbox ist auch sehr schön. So, ich habe dich ein bisschen gedubufft. Schlagen wir einfach zu. What? 10.000 fast. Nice. Ich mag das Face. Aber irgendwie macht, äh... Blond kein Schaden. Ich habe das Gefühl, 9999 Damage Cap. Habe ich so ein Gefühl, so ein bisschen. Zum Glück habe ich noch, ähm, Wongs Angriffe hier umgeändert. Und nicht, dass sie die normalen Standardangriffe noch hat, also die Kommandos. Ich kann sagen, bevor wir überhaupt eins haben, ist hier der Kampf schon vorbei. Aber ich mache das mal. Jetzt nur noch auf eins. Weil die meisten können schon gar nicht mehr mit Spells angreifen und wir ein bisschen was haben. Ich habe auch keine Heilerin da, fällt mir ein. Von daher umso besser das jetzt zu haben. Das hat nämlich schon Schaden gemacht. Ach, sie ist auch verwandelt. Okay. Ich denke mal, noch ein bisschen überlebt, Mann. Vielleicht habe ich irgendwie keinen Bock zu heilen. Gedibufft ist er nicht mehr. Ach, schade. Das macht Schaden dafür, dass das ein Break-Angriff ist. Mein Gott, der ist gleich nochmal dran. Das ist uncool. Kann ich nicht? Of all allies. Äh, ja. Mann, Naption, du bist so minimal nicht in Reichweite. Äh. Daneben so. Gut. Hier hat er schon nutzlos. War schon nicht verkehrt. Macht Schaden. Am Ende werde ich natürlich... Ähm... Longs Spezial-Move zeigen. Das ist ein Muss. Sollte mich auch mal näher hierhin bewegen. Auch wenn wahrscheinlich... ...mehere gleich irgendwie was bekommen. Och, Thunderhead hätte ich machen müssen. Oh. Ich hoffe mal, der macht jetzt nicht so einen übertriebenen Angriff, aber hey. Mal gucken. Oder ich riskiere es mal lieber nicht. Äh... Healing Circle. Alle drin. Nein! 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 Zum Glück war er nicht so richtig gerade da. So, Thunderhead. Macht schon ein bisschen mehr Schaden. Als der andere machen würde. Auch wenn es nicht gerade viel ist. Auch. Eigentlich wollte ich ja gerade angreifen. Ähm. Ja, ouch. Also angreifen mit Critical Dingsbums. Das macht sogar mehr Schaden und cool. Machen wir das einfach mal. Wir hoffen, dass er nicht Blanc trifft. Och, Mensch. Warum? So, jetzt darfst du aber nicht nochmal sterben, ne? Aber immerhin sehen wir jetzt auch mal die Verwandlung. Nicht, dass wir sie sowieso hätten nochmal sehen können irgendwann. Äh, die Dings Circle bitte noch einmal. Boah, der Zirkel ist so klein. Und Neptune kann ihn nicht so wirklich gebrauchen? Ja, egal. Ja, es war so klar, dass... Das liegt aber auch nur daran, dass sie relativ unterlevelt sind im Gegensatz zu Neptune. Und Neptune ist ja auch ein bisschen unterlevelt zum Team insgesamt. Und ich kann nicht mehr in GD-Ord machen. Äh, ja. So. Ich hab das Gefühl, wer wird gleich nochmal sterben? Bitte was? Wie kannst du nur? Hey. Das ist nicht toll. Nein. Y, nicht X. Egal. Ich hab doch gleich keine Wiederbelebungs-Items mehr. Ich will die anderen nämlich nicht verwenden. Danke. Darf ich sie gleich nochmal neu kaufen? So. Das war's. Das war's. Das war's. Hm. Jetzt kann ich Blanks Angriff nicht mehr zeigen. Was hast du für Reichweite, bitte? Wie bescheuert ist das denn? Für den Kampf nochmal einmachen. Wow. Wo bist du, wo bist du, SP-Charger? So, dann greifst du noch an mit deinem, was du hast. Und dann zeigst du uns, was du kannst. Mensch, Mensch, das lief doch nicht toll. Heartbreak. Let's rip. Let's start here! Let's go to the estate of the maid! I... ...was all that fun. Das war's! Ist gut, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Passt. Problem ist, ich finde nur die Schwierigkeit zu erkennen, wo man das machen sollte in diesen Spielen. Ist nicht so wie bei den anderen, aber hey. Ich will immer noch das als Sound für irgendwas haben. Oh, irgendwie hat sich die Körper gezwungen. Ich hoffe nicht. Ich habe mich noch nicht so schön gemacht. Ich weiß nicht, ob es eine Rastation-Serie ist, aber es war nur ein Charakter. Ich glaube, es ist eine Rastation-Serie. Ich glaube, es ist ein Charakter-Serie. Ich glaube, es ist ein Charakter-Serie. Aber es ist nicht so, ob es eine Rastation-Serie gibt. Es ist nur ein Charakter-Serie. Es ist nur ein Charakter-Serie. Ich denke, es ist ein Gefühl, dass die Leistung von früher zu kämpfen ist. Financier. Du solltest immer noch die Situation in der Kirche beobachten. Du solltest nur die Bewerbstoffe anbieten. Ja, ich verstehe. Die zu uns gehört und feindlich sind, aber trotzdem da ist. Man könnte die Suche einfach schnappen, aber Logik. Das ist die Zeit, die Sie? Ja, das ist das. Aber ich werde mir viel zu lernen. Soll ich es, die Erinnerung war. Ich habe das, dass Sie die Erinnerung der Erinnerung der Erinnerung des Erinnerung waren. Dann war es das, dass ich die Erinnerung des Erinnerung war. Das ist der Grund, was ich? Und ich habe Konvelsaschon, nein, Magikonne, die Macht der Frau. Magikonne? Das ist der richtige Name der Frau. Das ist vielleicht nicht so, dass die Frau mit den Frauen beherrschen. Das ist nicht so, was ich? Ja, ich habe mich über Neptuno gelegt, aber... Ich würde mich nicht wissen, dass wir uns nicht wissen. Wir sollten uns nicht sprechen, was wir uns nicht? Das stimmt... Aber wir können das, was wir? Es ist schwierig. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir sind wahrscheinlich alle, die wir uns lieben. Wir sind als ein Schicksal. Aber ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist, aber... ...Neptune hat sich die Erinnerung verletzt. Hä? Ich? Das ist nicht so schlimm. Oh, ich habe es nicht mehr bereit, dass ich mich noch nicht bereit habe. Der Mann ist so, aber... Was ist das, dass wir uns so sehen, dass wir uns die Gesichter haben? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so sehr verstanden habe, aber... Ich will, wir alle mit Rübingen und uns mit uns sprechen. Ich will das immer mit Ruih und dann. Was hast du mit Ruih und Ruih gesagt? Was hast du mit Ruih gesagt? Das ist, dass du mit Ruih und Ruih auf den Sagen bezutzt. Aber wir haben auch die Finanzen dafür. Wenn du mit Ruih und Ruih angeht, kannst du mit Ruih und Ruih helfen! Und du musst damit nicht aufhören mit Ruih, damit du mit Ruih und Ruih hast. Nepptune? Ich glaube, ich habe keine Ahnung von dir und Rufi zu retten, aber ich habe keine Ahnung von dir und Rufi zu retten, aber ich habe keine Ahnung von dir zu retten, aber ich werde mit dir helfen. Ich habe keine Ahnung von dir. Das sind keine Punkte, sie hat gesagt, die Halle oder Leute oder was auch immer. Ich mag blau immer noch. So, was gibt sie uns denn? Ich würde die nur zu gerne kennen. Was, hier ist auch wieder ein Event? Ich glaube, das kann ich auslösen, das ist nicht CD oder so. Mach ich einfach mal. Warum, hallo da, wie ist alles so weit? Looks like, du hast eine Meda da, blablabla, Powerful enemy, blablabla, blablabla, USB memory received. Hatte ich das nicht? Okay, in dem Sinne ist das hier, glaube ich, besser für mich. Drei, was haben wir denn da? Poison Immunity, HTDSP Drain, Decrease, Critical Rate Plus. Ich glaube, ich nehme die Critical Rate. Ah, hier habe ich jetzt aber keinen Vierer, ne? Naja, das ist relativ unwichtig eigentlich. Habe ich hier überhaupt einen Vierer? Oder war das wirklich nur überall Fünfer? Liliab hätte ich es schon gerne. Und Gain XP. Ne, okay, doch nichts. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part weiter mit dem Event, vielleicht, achso, Duty Space. Vielleicht level ich noch irgendwas und mach noch irgendwas. Das kann ich nicht versprechen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.